Joach, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopp TV. Hier ist der Fischkopp. Wir spielen weiter. Meuchle den Ork. Im täglichen Gefecht. Ich habe so ein bisschen nicht mehr auf dem Schirm, was letzte Folge passiert ist. Das macht aber überhaupt nichts. Mein Plan ist es jetzt, hier einfach mal so ein bisschen die Story voranzutreiben. Bedeutet für uns, wir müssen diesen Ork hier töten. Zack, zack, zack. Yeah. Dann kann ich euch ja so ein bisschen von meinen Problemen erzählen. Und zwar finde ich dieses Spiel ja ziemlich geil, ne? Und ich kann es aber nicht spielen ohne eine Aufnahme. Und manchmal hat man ja Bock zu spielen ohne eine Aufnahme. Und dann habe ich das Spiel letztens einfach mal so angemacht. Dachte mir, vielleicht kann ich ja heimlich was spielen. Und habe gemerkt, dass es noch so einen Spielmodus hat. Wo man quasi nicht die Story spielt, sondern einfach nur die Aufgabe hat, töte den und den und den und den und den und den. Und dabei konnte ich so ein bisschen üben. Nicht viel, aber ein bisschen. Ey, wollen wir die mal retten hier? Kein Pfeil, so eine große Sauerzeige aus dem Augenblick. Ich finde schon. Jetzt können wir mal retten. Und guck mal, hier, der hier. Den können wir hören. Und der erzählt uns Sachen, der. Gib mal Informationen. Ich muss jetzt hier immer nicht vier Häuptlinge töten. So, der hat Macht 10. Wartet darauf, dass ihm Talion direkt in die Falle geht. Dämlicher Waldläufer. Bla, 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 bla. Schwäche kann durch Schleich-Todesstöße sofort getötet werden. Kann durch Kampf-Todesstöße verholen. Okay, cool. Ja, außerdem, ihr habt es ja selber gesagt, ne. Kopf ab, Digga. Wollte ich gerade sagen. So, ihr habt es ja selber gesagt. Ihr freut ja schon drauf. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz. Ich habe jetzt die ganzen Namen vergessen. Saurons Armee. Wir haben aber hier so ein paar Spezialisten, ne. Die wir ja tot sehen wollen. Weil die uns auf den Sack gegangen sind. Wir haben einmal hier Tarak, der Bemalte. Und ich glaube, es ist auch Tugok, der Rasende. Und? Zaguga, der Reimer war es nicht, ne. Redback, der Feigding ist ja Story. Und Ota, Blutgenießer. Äh. Na, zumindest ist es auf jeden Fall. Also, dieser Tarak, der Bemalte. Der mittlerweile Macht 13 hat. Weil ich den so hart gefeedet habe. Guck mal, der hat mehr Macht als die ganzen Häuptlinge hier. Der muss hart, der muss halt hart bluten. Da müssen wir uns nochmal was richtig cooles ausdenken. Mein Plan ist es aber, erstmal zu warten darauf. Oh. Oh. Okay, ihr seht das wahrscheinlich gerade nicht. Bei mir ist gerade so eine komische schwarze Zuckeleu hier. Guck mal hier zurück. Okay. Ich hatte einen kleinen Grafikfehler gerade. Ähm. Genau, den müssen wir uns holen. Aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen aufsteigen. Deswegen ist der Plan erstmal einfach nur ein bisschen aufsteigen. Bitte hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Er ist viel zu stur, um für diese Orks zu arbeiten. Bitte? Gehst du mit mir? Soll ich dir jetzt hinterher gehen? Bist du bescheuert, Digga? Ich habe Sachen zu tun. Oh. Okay, warte, 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 warte. Den holen wir uns. Den hier holen wir uns. Jetzt nimm. Ah, ah, ah. Ah, oh, fuck. Okay, das lief jetzt irgendwie schief. Wo ist denn jetzt dein Bruder? Okay, erstmal hier kloppen. Erstmal, Leute, kaputt machen. So, genau. Den normalen Kampf habe ich jetzt so ein bisschen geübt. Weg, weg. Okay, sehr gut. Den töten vielleicht. Ertaste. Genau. Ja, bei so einer Anzahl von Orks. Gar kein Problem, Digga. Gar kein Problem. Guck mal. Hat da einer geübt? Hat da einer geübt? Ja. Nicht da. Swing. Swing. Komm. Töten. 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 Der ist noch nicht tot, ne? Obwohl ich ihm eben so ein Messerchen ins Auge gerammt habe. Ist okay. Ey, ich hab doch gedrückt. Samstag. So, hier. So, haben wir es jetzt? Ich habe keine Zeit, Freunde. Ich habe keine Zeit. Komm ich hier irgendwie hoch? Nein. Bei allem, was hier so vor sich geht, könnten wir sicher ein paar mehr Krieger gebrauchen. Was hast du? Ja, ich kann halt, ich kann halt gerade nicht. Ich muss halt sagen, machen. Ich habe mir hier so ein Ziel festgesetzt. Und wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Okay, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schwierig. Ähm. Radlug der Berg. Wenn du deine Schütze im Kampf hinrichtest, besiege die Leibfächer des Häuptlings, bevor du dich ihm stellst. Warte mal. Jetzt ist das hier. Das ist Radlug der Berg. Lass uns nochmal ganz kurz schauen. Welcher ist das denn? Da. Haben wir da, haben wir da Informationen? Kann durch Kampf Todesschüsse verbrundet werden und kann durch Fernkampf oder Schattenangriffe werden. Das ist, das ist sehr, sehr gut. Gerät in Wut und er brennt. Schwer zu töten. Ruft Verbündeten in der Nähe des Kampfes. Kann in den Packen rum. Okay. Also, der Plan ist, ihm nicht allzu nahe zu kommen, alle seine anderen Kumpels hier wegzuhauen und ihn dann mit diesen anderen Stößen, mit diesen komischen Stößen fertig machen. Bedeutet aber, wir brauchen halt Leute um ihn herum. Der Häuptling wird sich an den Legenden deines Schwertes beweisen wollen. Naja. Okay. Ja genau. Und solche Missionen gibt es dann halt in diesem Übungsmodus oder Punktemodus. Da kann man so Punkte verdienen. Ähm. Und das muss man dann auch auf Zeit schaffen, was ich niemals geschafft habe. Das ist jetzt das Allerleichteste, habe ich nicht hingekriegt. Da muss man halt noch ein bisschen aufsteigen. Würde ich jetzt mal behaupten. Das ist jetzt mal eine Behauptung. Ihr könnt mir auch gerne andere Sachen erzählen. Ich muss jetzt erstmal hier hoch. Habe ich ein Glück noch am Leben zu sein. Hab gesehen, wie der Geist des Waldläufers in Lorms Kopf explodiert ist. Ja, ja, ja. Okay, also wir müssen jetzt diese Nacken hier kaputt machen. Können wir den aktivieren? Jo. Ha, 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 ha. Kaputt. Oh shit, das sind noch mehr. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Leuchtfeuer, 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 Leuchtfeuer. Nein, nein. Nicht das Leuchtfeuer anmachen. Oh, er hat das Leuchtfeuer angemacht. Okay. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich am Arsch. Okay, können wir hier hoch? Nein, können wir nicht. Okay, erstmal weglaufen. Oh shit. Okay, erstmal weglaufen und erstmal einen von diesen anderen Orks da wegholen. Wahrscheinlich springen auch hier hoch. Da müssten wir uns woanders nach einem Kampf umsehen. Hoffentlich trifft mich jetzt kein Speer. Geäffnete, wenn die Treffer sehen voll ist. Ja, ich weiß das doch nicht. Okay, haben sich jetzt alle hier hinter mir versammelt? Oder haben wir da noch einen irgendwie über? Irgendwo über. Da ist einer über. Wollen wir den hier weg machen? Der zählt aber nicht. Aber der da zählt. Druck mal hier. Haben wir den auch? Wieviel müssen wir noch? Bitte unterstützt er durch Kampf oder Boden. Ah, durch Kampf oder Bodenhinrichtung. Das ist nicht euer Ernst. Es reicht noch nicht mal, die einfach so zu töten. Das zählt also nicht, oder was? Alter. Das ist doch schreckvoll. Okay. Gut, dann suchen wir uns jetzt eine Fläche, wo wir kämpfen können. Hier ist, glaube ich, ganz okay. Oh mein Gott, das sind zu viele. Komm, weiter, weiter, weiter. Weiter. Und noch einen Kick. Und... Der müsste jetzt zählen. Yes. Okay, trotzdem haben wir hier ein kleines Problem. Klitzeklitzekleines Problem. Für das hier schaffen, das weiß ich nicht. Vor allem, wenn die Schildträger dazukommen. Ich sehe nichts. Leute, ich habe hier ab und zu mal so einen kleinen Keller. Es kann sein, dass es am Kabel liegt. Ich habe da eben nichts gesehen. Okay. Wir, ähm, werden das nicht überleben. Wir bauen zumindest so eine Pflanze jetzt. Shit. Ich sehe hier gerade keine. Oh mein Gott, es sind so viele. Wie soll ich das denn überleben? Nein. Oh Gott. Keine Waffe in Sicht. Äh, Waffe sah ich schon. Nüßtige kleine Pflanze. Hm. Wie kriegen wir das jetzt hin? Verbirg dich, um die Alarmbereitschaft zu senken. Bin ich nicht verzogen? Okay, haben wir vielleicht irgendwie... ...diese Laude irgendwo anders verteilt? Da hinten ist, glaube ich, ein Einzelner. Kann das sein? Sah nur so aus. Kommen wir hier hoch. Da sind drei Stück. Da ist einer. Oh, hier. Guck mal hier. Ein Bogen. Also ein Pfeil. Für den Bogen. Guck mal hier. Guck mal da jetzt. Könnten wir da. Wo? Das spielt jetzt viele, ne? Was? Warum schießt du nicht? Manchmal passiert das. Okay. Ich dachte, die Leute hier mal weglochen. Yes. Dadurch teilen sie sich auf. Könnten wir hier vielleicht... Ich würde jetzt hier gerne kämpfen. Komm. Zack, 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 oh nein. Ich darf hier im Losfaller so ein Ding anmachen. Das läuft voll ja Quatsch. Komm. Bams, das ist ja schon mal du. Ey. Komm. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Komm, weiter geht's. Mann, ist das einer? Nein, das war keiner mit dem höchsten gelben Punkt. Da ist aber noch zwei, ne? Was ist denn der Boden-Hinrichtung eigentlich? Oh, oh. Schildmann. Schildmann. Uh, yes. Komm, komm. Haben wir schon drei, ne? Das sind zu viele. Und auch so viele, vor allem hier diese Speerleute. Und die kriege ich jetzt gar nicht hier weg. Das Gute ist, dass wir... Oh. Dass wir auch ihre Leute treffen. Aber ich hab kaum noch Energie, Leute. Ich muss hier wieder abhauen. Und ich muss eigentlich so eine lustige Pflanze finden. Geh hoch. Komm, komm wieder hoch. Yes. Okay. Uh. Nein, hängen geblieben. Wo finden wir jetzt eine Waffe? Ich sag immer Waffe. Ich mein diese Pflanze. Hier ist auch eine Pflanze. Aber das ist eine andere Pflanze, oder? Nee. Geil. Okay, cool. Also, meinetwegen können wir auch direkt wieder rein. Ja, ich hab genug davon. Der Mörder ist doch schon links über alle Berge. Ja. Ich glaube, ich hab den Wald einfach gesehen. Ja, ich hab den auch gesehen. Er ist hier irgendwo. Kommt her. Ich hab Zeit. Ach shit, schon wieder alles verballert hier. Haha. Immer so eine Enge hier. Geil. Ihr kommt hier durch. You shall not pass. Schon wieder den Falschen. Das Handling ist dann manchmal doch nicht so geil. Ich sehe auch nicht so richtig, zu wem so ein Punkt gehört. Kommt, da ist einer. Yes, kommt, kommt, kommt. Nein. Geht das? Es zählt. Okay, nein, jetzt von den lustigen, gelben Leuten noch. Einen noch. Nein. Ich hab das Base gedrückt. Das glaubt mir jetzt wieder keiner. Kommt, komm. Kommt. Ja. Ja. Nein. Kommt. Ich muss jetzt immer noch nicht. Falscher. Kommt. Zack. Zack. Komm. Jetzt. Hallo. Nein. Die Schildleute gehen mir richtig auf den Sack. Die sind echt nicht leicht zu handeln. Vor allem, wenn da so viele andere noch sind. Okay. Wir haben das Schild. Wir haben das Schild. Und, und, komm. Nein. Nein. Nicht schon wieder. Und wir brauchen noch eine Pflanze. Sonst sind wir tot. Okay. Schnell abhauen. Woo. Und. Woo. Und da war noch so eine Pflanze, aber die war rot. Und ich glaub, die roten Pflanzen sind nicht so geil. Ich weiß nicht, für das, was wir hier brauchen, sieht hier jemand noch eine Pflanze. Wir brauchen nur noch einen Unterstützer, Leute. Einen Unterstützer. Den sollten wir wohl nochmal schaffen. Hier ist das eine Pflanze. Das sind Pilze. Aber die geben mir auch Energie. Geh. Okay. Hier hoch. Okay. Ich wüsste gerne, was Bodenhinrichtungen sind. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Oh, shit. Lass mich in Ruhe. Okay. Alles klar, Leute. Ich muss hier eh weg. Weil keiner von euch... Oh, oh. Keiner von euch ist ein harter Typ, den ich jetzt brauche. Können wir hier das Ding nehmen. Oh, oh, oh. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Oh, nicht nah genug dran. Das ist natürlich so eine Sache. Oh, shit. Wir haben da noch... Wir haben da noch... Komm, komm, komm. Das sind jetzt drei Leute. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Okay, man kann halt nicht so gut zielen, wenn man dieses blaue Schwertchen hat. Das hat er nicht schwer unterbrochen. Das ist noch nicht wahr. Ich hasse euch alle so sehr. Komm, jetzt aber... Yes! Boah. Okay, wo ist er denn entschieden? Das sehe ich noch nicht. Da hinten. Was ist denn? Der ist so lustig bunt, ne? Okay. Jetzt aber nicht, jetzt aber nicht hier aus dem Fuß zu kommen, ne? Was wir jetzt machen müssen, ist hier nicht gegen die Wand laufen. Boah. Okay, der ist jetzt da hinten. Wir gehen jetzt aber trotzdem erstmal hier hoch. Oh, shit. Was hier los ist? Da lang. Bring ihn da runter. Danke. Das hier. Und dann. Nein, daneben. Nein, daneben. Der ist im Leben gegen Fernkampf. Okay. Schaffen wir die so, ist jetzt die Frage, ne? Kleines Insekt. Lass uns das schnell beenden. Ich habe keine Zeit für Magen wie dich. Mhm, okay. Okay, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Erstmal gucken, erst mal gucken. Nein, Schildmann. Ich habe doch gesagt, ich will keine Schildmänner hier haben. Oh. Komm, spring rüber. Ist das eine Action-Konferenz? Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich will mich. Oh. Nein. Oh. Ich schaffe so mein Leben. Sie werden mich schon bald Hauptmann nennen. Danke dafür. Jetzt haben wir irgendeinen fucking dahergelaufenen Schildträger zu einem Hauptmann gemacht, ey. Das ist mir schon mal passiert. Wenn er nicht aufnahm ist. Ja, 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 komm. Und ich finde das Spiel überhaupt gar nicht zu leicht. Muss ich mal ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Wieso steig ich jetzt die Macht von dem blöden angemalten Nacken an? Ich hasse euch so sehr. Wen haben wir denn hier? Mockt der andere Zwilling. Wie ist denn der eigentlich so drauf? Kann durch Fernkampf oder Schattenangriffe verhundet werden? Kann durch Kampftunnel oder Schüsse verhundet werden? Also ungefähr genauso wie der andere Nacken fürchtet sich vor dem Grabwandler. Was ist denn der Grabwandler? Ist das jetzt was, was wir möchten? Wer ist das hier nochmal? Den kenne ich auch irgendwoher. Gerät in Panik beim Anblick von Graux. Kann durch Fernkampf oder Schattenangriffe verhundet werden. Ich glaube, wird das hier vielleicht etwas, was wir zuerst mal machen wollen? Mockt der Teuflische. Aber ich glaube, wir haben ja schon mal probiert und es ging nicht. That's the problem. Weil ich meine, da alles, was wir jetzt gemacht haben, die ganze Zeit. Ja, erklär doch nochmal, was dieser Scheiß-Turm hier... Boah. Ähm... Was ist das hier eigentlich? Kalte Seele. Je zornig. Naja. Nicht für uns auf jeden Fall, denke ich mal. Was haben wir hier? Fälle Streichhals. Und das ist... Die Häuptlinge sind das auch der dunkle Herrscher selbst von seinen Taten erfährt. Okay. Hatten wir das nicht schon mal? Wir probieren das mal. Müssen wir jetzt hier schnell reisen? Wir sind da. Naja, wir können trotzdem hier schnell hinreisen. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflektionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Was laberst du denn da? Was laberst du denn da? Oh, sie haben mich gesehen. Aber hier können wir nochmal Informationen abschreiten und das sind schön wenig Orks. Da bin ich... Aber ich tue überhaupt gar kein Problem mit. Äh, das hier... Alter, das ist nicht wahr! Der kann einfach auf 18 Meter mit der Entfernung mit seinem Scheiß-Sperr angreifen, ne? Oh! So, die Informationen will ich aber haben. Also den noch nicht töten würde. Alles machbar hier. Alles noch machbar. Zack, zack, zack. Kopf ab im Sack. Oh, ist das schon sofort? Hast du mir aber mal so neid, Digga? Ja, dich brauche ich noch, Digga. Wie gesagt, ne? Also du kannst dich schon mal gedulden. Okay, dann zeig mal her. Äh, jetzt haben wir alle Informationen bis auf die von denen hier. Auch ein krasser Typ. Macht 11. 11 Bogenschütze und... Okay. Kann durch Schleichtodesstöße sofort getötet werden und gerät in Panik bei einem Lippenkarre. Der sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Und vor allem mit diesem Schleich-Sofort-Ding, ne? Gehen wir den vielleicht eher hin? Der ist neu hier, ne? Das ist der Neue. Okay, den würde ich gerne probieren. Lass uns den nochmal probieren. Und hier sind sowieso drei auf einem Haufen, ne? Da können wir echt Probleme kriegen. Wenn wir da aus Versehen jetzt den anderen treffen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schaffen wir das? Tod aus weiter Ferne treibt den Häuptling hervor. Ach du Scheiße, was muss ich machen? Was muss ich machen? Beste New Yorks, ne? Unterstützer durch Angriffe mit dem Bogen. Das heißt, ich muss dann auch immer wieder diese, diese, ähm... diese Grafik vielleicht, die ich da manchmal habe, ne? Das ist jetzt, das ist so ein richtig schwarzer Balken. Dann sehe ich einfach gar nichts mehr. Hatte ich gerade eben schon wieder. Ich glaube, in der Aufnahme kommt es nicht vor. Jedenfalls sehe ich es nicht hier auf meinem Kontrollbildschirm. Ich habe noch nicht so viel Blut vergießen gesehen wie bei dem Kampf, den wir gestern austrugen. Kommen wir hier hoch? Anscheinend nicht. Kommen wir hier hoch? Auch immer nicht. Okay, kommen wir hier hoch. Habt ihr das gehört? So was, so was gefällt mir. Oh shit, das sind noch mehr. Ähm... Können wir hier irgendwo... Irgendwie... Irgendwie komme ich hier überhaupt nicht klar. Wow, das ging schnell. Hier ist noch einer. Hab ich gesehen. Hab ich. Das Geile ist, dass man hier so hin und her laufen kann und man braucht nicht viel kämpfen. Zack. Zwei noch. Zack. Okay, einen noch. Da holt einer, da holt einer, da holt einer Verstärkung. Yes. Okay, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Er müsste irgendwo aufgetaucht sein. Ist ja gut. Keine Art Hits. Oh, oh, oh. Fuck, oh, fuck. Okay. Und was wir jetzt erst mal machen ist, was wir jetzt erst mal machen, ist weglaufen. Und uns quasi neu formieren. Jetzt sind hier noch ein paar Nacken, das ist mir scheißegal. Wir laufen jetzt da hoch. Irgendwo. Komm hier hoch. Yes. Okay, kommen wir hier hoch. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, können wir den Typen tatsächlich mit unserem Boden kaputt machen. Dafür brauchen wir noch ein paar Pfeile. Dafür müssen wir jetzt mal hier so ein mit E. Shit. Du. Fuck nein. Können wir den jetzt... Nein. Nein. Okay, ich glaube, wir haben keine Pfeile bekommen. Ist es der Waldläufer? Geh hoch, geh hoch. Und haben wir noch einen Pfeil? Die Moon ging... Jetzt ist er der andere Penner. Ich weiß noch nicht, ich weiß echt, ich habe echt noch keine Ahnung, wie wir das denn kriegen sollen. Jetzt hat er hier zweimal getroffen und ich bin quasi schon tot. Waldläufer! Nee, lass mich in Ruhe. Nicht einfach. Na, Kampf erfordert viel mehr Mut. Und den hast du, Fightling nicht. Na, das ist halt so eine Sache, ne? Ich muss halt jetzt erstmal kurz weg. Nein. Nein. Okay, Leute. Ich brauche eine Pflanze. Wenn jemand eine sieht, schreit mal. Da oben ist eine rote Pflanze. Die rote Pflanzen bringen mir, glaube ich, keine Heilung. Oder wir verbinden das mal. Das ist hier oben. Hier ist eine Pflanze. Doch, bringt Heilung. Sehr gut. Okay, jetzt habe ich auch Bock, dich wegzumachen. Oh, shit. Oh, shit. Oh. So, haben wir hier irgendwo? Ich habe doch hier keine Chance, Können wir hier ein? Nein, kommen wir nicht. Und wir haben keine Munitionen mehr. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, diesen Kampf zu kämpfen. Nein. Die werfen auch noch alle. Irgendwas. Oh. Ich bin der Grabwandler. Das ist ja auch eine interessante Information, ne? Oh, jetzt könnte ich, jetzt könnte ich den da zumindest verletzen. Komm. Nein, falscher. Okay, schade. Aber noch, noch läuft's, ne? Oh, nein. Ja, das ist... Komm, Leute, jetzt mal Konzentration. Wie gesagt, jetzt schaffen wir das. Jetzt schaffen wir das. Falscher. Oh, verdammt. Schild kaputt, ist gut. Nein, 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 Ich hab so unglaublich wenig Leben, aber das ist so kühl. Haben wir hier irgendwo noch eine Pflanze? Sind diese Dreieckssachen auch pflanzen? ne? Aber da oben ist noch eine. Okay. Obacht. Obacht. Hier irgendwo. Da. Ich seh dich. Und da unten, ihr könnt euch schon mal, ihr könnt euch immer noch warm halten. Ich bin dann wieder da. Komme. Ich komme. Ein paar Pfeile wären nicht schlecht. Hier, Jungs. Ich bin nicht. Uh. Der Mörder. Hab ich gar keine Pfeile. Nee. Ich hab den dreckigen Tag gesehen. Oh, shit. Hau zu. Hau zu. Hau zu. Hau zu. Yes. Yes. Nein, nicht. Oh. Okay, ich muss schon wieder eine, ich muss schon wieder eine Fletzung holen, Leute. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe dich unterschätzt. Dieses Mal. What? What? Wir müssen doch holen, Leute. Wir müssen doch holen. Oder ist das kein Häuptling? Ich glaube, das ist kein Häuptling. Und dann lassen wir das jetzt. Nein, keine Verstärkung, keine Verstärkung. Lauf, lauf. Wir haben ja keinen Bogen. Wir müssen ihn so holen. Nein, keine Verstärkung. Keine Verstärkung. Komm, hier. Alter. Ist das auflegen. Ist das auflegen. Komm. Jetzt wird der andere Verstärkung. Ist mir jetzt aber egal. Ich krieg die jetzt. Das war knapp. Perfekt. Hau zu, hau zu. Und. Yes. String. Spick. Problem ist ein Signalfeuer. Aber. Das sollten wir jetzt. Nein. Nein. Nein, es war so klappen. Es war so klappen. Es war so klappen. Es war so klappen. Nein, nein. Es sind ja ständig 35 Orksum nicht rum. Alle schießen oder haben irgendwie so eine Sonder-Mega-Superkräfte. Das kann man ja quasi gar nicht schaffen. Und jetzt kommt noch der alles hier. Also das gibt ordentlich Rache, Leute. Es gibt ordentlich Rache an euch allen. Okay. Das machen wir. Dann ab der nächsten Folge. Ich überlege mir irgendwie was. Ich überlege mir was, wie wir das schaffen können. Und werde dann hart durchkreisen. Ihr seht, es läuft schon ein bisschen besser zumindest. Oder ich muss einfach auf easy stellen oder so eine Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Tobt euch in den Kommentaren aus, wenn ihr Tipps für mich habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das war der Fischkopf. Bis dann und tschüss.